Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Huxilla. Ein Bericht aus dem Maschinenraum und ein Kapitel aus dem Buch des Lebens, mach's vernünftig oder mach's gar nicht. Eigentlich sollten jetzt gerade schon zwei neue Huxilla-Folgen für den Monat Mai aufgenommen sein. Wir haben recherchiert, wir waren bereit für die Aufnahme und was ist geschehen. Alexa ist aktuell nicht hier im Voralbenland, sondern wie ihr wisst, hütet sie ja einmal im Jahr das Haus und den Hund ihrer Eltern. Und wir wollten diese Aufnahmen remote machen und wir haben jetzt festgestellt, dass mit dem Audio-Equipment, das Alexa dabei hat, das nicht gut klingt. Es gab ein intermittierendes Klicken, was so klingt, als wenn jemand ständig auf dem Mauspad an einem Laptop rumklickt und das hat uns schon bei der Aufnahme wahnsinnig gemacht und das hätte euch natürlich beim Hören der Folgen wahnsinnig gemacht. Das heißt, wir haben jetzt das Audio-Equipment, hier so ein Ding, ist gerade per Post auf dem Weg zu Alexa und auch noch mal ein eigenes Audio-Interface. Das muss auch sein fürs Ferngespräch, weil ansonsten müsste sie das über ein Laptop-Mikrofon machen und dann haben wir den ganzen Raum mit dabei und das klingt alles nicht gut. Insofern wird es die Folgen geben. Wir hoffen, dass wir spätestens Mittwoch die erste Mai-Folge, also im Juni dann aufnehmen können und am Wochenende die zweite Mai-Folge und dann werden wir natürlich noch zwei weitere Juni-Folgen vorbereiten. Technischer Fuck-up, wir hätten das jetzt auch durchziehen können, dann hätte ich aber eine sehr, sehr schlechte Tonqualität gehabt und da haben wir gesagt, das ist nicht die Qualität, die wir euch als HörerInnen anbieten wollen. Insofern bitte, bitte noch ein ganz kleines bisschen Geduld. Wir waren billig, die Technik hat nicht funktioniert, aber binnen der nächsten Woche, also bis nächsten Sonntag, gibt es dann zwei neue Huxilla-Folgen. Versprochen, es sei denn, das Internet bricht deutschlandweit zusammen. Das wäre dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Insofern hoffe ich auf euer Verständnis. Schöne Grüße von Alexa, die ich jetzt aus Gründen nicht dazu geschaltet habe, weil dann wäre der Ton wieder nicht so wunderbar und wir hören uns in dieser Woche mit zwei tollen Folgen, auf die wir uns sehr freuen und eigentlich hatten wir uns auch auf die Aufnahmen gefreut. Also bis dahin alles Gute, bleibt uns bitte treu. Ciao.